Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Felix Petruschke, ich bin Redakteur im Geldressort. Zugeschaltet aus Düsseldorf ist mein lieber Kollege Philipp Frohn. Hi Philipp! Hi Felix, liebe Grüße ins schöne München. Und damit gleich zu unserem Thema. Ja, da sage noch einer, dass deutsche Unternehmen international nicht begehrt sind. Trotz oder vielleicht wegen der aktuellen Wirtschaftsflaute gibt es nämlich immer mehr ausländische Übernahmeangebote. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass der staatliche Ölkonzern Etnok aus Abu Dhabi den Kunststoffhersteller Covestro übernehmen will. Die Aktie der Leverkusener ist daraufhin gleich mal um fast 15% gestiegen. Und es gibt weitere Übernahmekandidaten. Die Investmentbank Goldman Sachs hat gerade eine Liste veröffentlicht, auf der auch Firmen wie MTU und Bayer stehen. Aus Sicht der Analysten bieten sie im DAX nämlich geregelt rechte Schnäppchen. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, warum deutsche Unternehmen für Investoren so beliebt sind, was das für Anleger bedeutet und welche DAX-Aktien auch amerikanische Top-Firmen alt aussehen lassen. Ja, Philipp, du bist bekennender ETF-Fan. Jetzt hat der Deutsche Light Index den amerikanischen S&P 500 auf 12-Monatssicht ganz schön abgehängt. Besitzt du denn persönlich einen DAX-ETF? Ja, natürlich. Obwohl ich jetzt nicht so ganz der Patriot bin, finde ich, ist ein DAX-ETF natürlich auch immer eine ganz gute Beimischung im Depot, die man haben sollte. Und ja, wie du sagst, tatsächlich hat so der DAX auf 12-Monatssicht den S&P 500 ziemlich abgehängt. Auf Jahressicht sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Da hatten wir diesen ganzen KI-Boom, der durch Nvidia, Tesla und so weiter getrieben wurde. Da sieht ein DAX natürlich jetzt nicht ganz so geiles mit seiner Old Economy. Und man muss natürlich auch wissen, der DAX ist jetzt ein Performance-Index. Das heißt also, da kommen auch Dividenden halt hinzu. Die muss ich ja im Prinzip abziehen, um das so ganz vergleichen zu können. Aber sogar, wenn ich die Dividenden abziehe und einfach nur die Kursentwicklung anschaue, hat der DAX auf 12-Monatssicht tatsächlich den S&P 500, wie du sagst, ein bisschen abgehängt. Dann müssten dich ja eigentlich die Übernahmeangebote gerade freuen für mehrere DAX-Unternehmen. Ja, zumindest wenn alles wirklich so durchgeht. Stichwort Covestro. Du hast es ja gerade schon in der Anmoderation gesagt. Wenn es da wirklich zu einem Deal am Ende kommt und das Unternehmen aus Saudi-Arabien Covestro übernimmt, dann kann es da tatsächlich nochmal einen kleinen Boost geben. Das hat man ja auch in den letzten Wochen schon gesehen. Ganz genau. Und Covestro ist eben nicht der Einzige. Wir hatten in den vergangenen Monaten Fiesmann, die übernommen wurden. Vor einigen Jahren hatten wir den Augsburger Roboterhersteller KUKA. Ja, vergiss das Klaus-Michael Kühne, der will ja noch den Hamburger Hafen retten. Stimmt, auch ganz aktuell. Man kommt gar nicht mehr hinterher, was alles gerade so abgeht. Müssen wir vielleicht mal kurz darüber reden, warum denn die deutschen Firmen gerade A, so begehrt sind und B, vielleicht auch, warum sie so leicht zu haben sind. Ja, man hat ja schon den Eindruck, dass ja gerade so ein bisschen so der Ausverkauf der deutschen Wirtschaft stattfindet mit den ganzen Sachen, du hast sie gerade erwähnt. Fiesmann war ja auch so gerade in der jetzigen Zeit mit der Wärmewende schon auf jeden Fall ein Thema, wo man sagt, okay, jetzt gehen uns da die Unternehmen flöten, aber es hat ja alles einen Grund. Also man muss auch sagen, ausländische Unternehmen, die jetzt in Deutschland eine Übernahme starten wollen, die haben es hier relativ leicht. Also wir haben jetzt hier keine großen Ankeraktionäre, die eine fette Beteiligung haben, an denen man erstmal vorbeikommen muss, wenn man ein Unternehmen kaufen möchte. Genau, die könnten zumindest dann ihr Reto einlegen. Also das ist eher die Ausnahme bei deutschen Firmen tatsächlich. Also kann dadurch Übernahmen leichter, wie du sagst, richtig? Genau, und vieles ist ja im Streubesitz und also in der öffentlichen Hand, sage ich mal. Ja, und das dann halt auch nicht in Deutschland, sondern halt eben vor allem im Ausland. Da gibt es ja Unternehmen, wo es wirklich viel Streubesitz gibt. Ich glaube, bei Vonovia sind es 80 Prozent. Also da sieht man schon, dass das große Geld nicht aus Deutschland kommt, sondern tatsächlich große Teile deutscher Firmen in ausländischer Hand sind. Ja, und sie sind eben auch aktuell sehr günstig bewertet. Also ich komme nochmal ganz kurz zurück auf diese Goldman Sachs-Studie. Die Anlisten haben eben darauf geschrieben, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis im DAX bei ungefähr 11 liegt. Historisch ist es bei über 15. Das heißt also eigentlich sind viele Firmen wohl für Investoren auch aktuell relativ billig zu haben. Und da sieht man ja auch im Vergleich zu amerikanischen Werten. Die haben ja alle ein höheres KGV als jetzt die meisten DAX-Aktien. Also es gibt im DAX ja echte Schnäppchen. So gerade die Automobilhersteller, die haben ja oft ein KGV von, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7. Also wirklich ziemlich günstig bewertet. Auch oft, weil es da Probleme gibt. Ist ja nicht so, als wäre die Bewertung einfach so ohne Gründen so niedrig. Sondern wir haben da halt auch verschiedene Risiken, über die wir schon mal gesprochen haben. Stichwort großer China-Anteil. Aber trotzdem, die Bewertung ist halt ziemlich günstig. Ganz genau. Und da du schon die Risiken ansprichst, also man muss eben vielleicht dazu sagen, dass der deutsche DAX jetzt nicht unbedingt die deutsche Wirtschaft widerspiegelt, sondern eben vor allem größere Firmen, die ihren Hauptteil des Umsatzes und ihre Gewinne im Ausland erzielen. Also Stichwort Automobilhersteller, die exportieren eben die Großzahl ihrer Fahrzeuge ins Ausland. Zum Beispiel in China, was eigentlich auch die Risiken erhöht. Also locker 30% der Wirtschaft bzw. der Unternehmensgewinne, die kommen oft halt aus dem Ausland. Stichwort Automobilhersteller, aber auch bei anderen. Das sehen wir auch bei Chipherstellern. Also wirklich deutsch ist der DAX ja am Ende des Tages nicht. Nein. Die AfD wird weinen. Die AfD wird weinen, ja. Das stört mich jetzt weniger grundsätzlich. Allerdings muss man ehrlich sagen, wenn natürlich die meisten Gewinne, oder die Mehrheit der Gewinne im Ausland erzielt wird, ist es dann irgendwie auch logisch, dass die Anteilseigner irgendwie jetzt nicht unbedingt aus Deutschland kommen, sondern eben auch aus dem Ausland. Also irgendwie ist es auch eine natürliche Entwicklung aus meiner Sicht. Ja, und das führt ja da auch dazu, dass es halt die ganzen Dividenden, die ausgeschüttet werden, und da waren wir jetzt mit 52 Milliarden Euro, die die DAX-Konzerne zuletzt ausgeschüttet haben, so viel wie noch nie. Die größtenteils oder zu großen Teilen zumindest ins Ausland halt wandern. Na gut, das tut natürlich schon ein wenig weh, wenn man sich vorstellt, dass jetzt die Covestro-Milliarden aus der Dividende dann nach Abu Dhabi fließen. Aber du sagst, ja, schon in diesem Jahr ist es so, dass, glaube ich, mehr als die Hälfte der Ausschüttungen an 26 Milliarden ins Ausland geflossen sind und deutlich weniger in die Hände von deutschen Investoren. Aber da sind wir auch ein bisschen selbst schuld. Also ja, klar, wir sind jetzt, wenn ich irgendwo mein Geld anlege, ich bin kein großer Staatskonzern, ich kaufe da eher so ein paar Aktien nur und nicht große Teile einer Firma. Aber trotzdem zeigt sich ja schon, dass die Aktienkultur in Deutschland da mit dran schuld ist. Also wir haben jetzt eine Aktienquote zuletzt von irgendwie 12 Prozent gehabt. Schauen wir mal in die USA. Da hat jeder zweite Amerikaner tatsächlich Aktien im Depot. Also da ist das Ding. Ich unterstütze meine Wirtschaft mit Geld und partizipiere an dem volkswirtschaftlichen Wachstum deutlich ausgeprägter ist als hierzulande. Jetzt kommt doch noch ein wenig patriotische Note von dir rein. Nein, überhaupt nicht. Das hat nichts mit Patriotismus zu tun, sondern einfach auch damit an der hiesigen Volkswirtschaft zu profitieren. Darum geht es ja letztlich auch. Und dieses große Interesse an deutschen Firmen ist natürlich auch ein Beweis für die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, wenn man es mal so sieht. Also die würden ja nicht investieren, weil sie nicht glauben würden, dass die deutsche Wirtschaft weiterhin irgendwie stabil ist und weiterhin eben auch wachsen kann. Absolut. Ich meine, das hätten sie bei Wirecard jetzt vielleicht nicht gesagt, da wäre das Vertrauen nicht so groß gewesen. Aber prinzipiell kann man das natürlich schon sagen. Da war das Vertrauen vielleicht ein wenig zu groß für lange Zeit. Genau. Da weiß ich nicht, wie viele ausländische Unternehmen oder Aktionäre letztlich in Wirecard investiert waren. Aber gut. Trotzdem ist halt halt, wie du sagst, ja, Made in Germany ist halt irgendwie noch so ein Vertrauenssiegel auch am Aktienmarkt. Und jetzt haben wir, also durch dieses Momentum könnte man schon fast sagen, das Deutschland-Momentum, so nennen wir es ja schon. Deutschland-Momentum, völlig richtig. Philipp, Entschuldigung. Dieses Deutschland-Momentum günstigt jetzt vielleicht auch Investitionen in einige spannende DAX-Werte. Und über die wollen wir jetzt kurz sprechen. Wollen wir ganz kurz nochmal zurück zu Covestro vielleicht? Genau, das ist ja eine von drei Deutschland-Momentum-Aktien, die wir mal so rausgepickt haben und so ein bisschen durchspielen wollen. Ja, warum läuft es denn da gerade so gut? Und bei Covestro zum Beispiel, da hat man ja schon gesehen, okay, in den letzten Monaten ging der Kurs ganz schön nach oben. Der hat ja ein gutes Drittel zugelegt seit Juni ungefähr. Also schon eine deutliche Kurssteigerung innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und das hängt aber immer noch deutlich unter dem Allzeithoch, muss man auch dazu sagen. Ja gut, du bist halt immer noch 40 Prozent darunter. Also wer damals eingestiegen ist, so 2008, der wird sich darüber jetzt auch nicht so ganz freuen, sondern sagen, okay, immerhin sind meine Verluste begrenzt, aber mehr auch nicht. Ganz genau, ja. Ja, und Hintergrund ist ja dieses Übernahmegerücht, war es ja am Anfang noch, von Ednock aus Abu Dhabi. Mehr war es ja am Anfang nicht. Man wusste, okay, irgendwelche Insider sagen, dass hier ein Deal zustande kommt, dass Ednock nach Covestro greift. Aber eine offizielle Bestätigung gab es ja lange nicht. Und trotzdem wurde ja der Aktienkurs seit Sommer immer weiter nach oben getrieben, in der Hoffnung, ja, vielleicht ist da ja was dran. Ja, immerhin weiß man jetzt, dass Gespräche konkret geführt werden. Natürlich können wir ja jetzt nicht reinschauen, was konkret verhandelt wird. Es wird immer nur kaputtiert, dass es eben ein konkretes Angebot geben soll, dass die Verhandlungen relativ weit fortgeschritten sind und dass es eben auch Standortgarantien geben soll. Aber wie du sagst, trotz dieser Fortschritte ist es nach wie vor eine Spekulation, dass Abu Dhabi Covestro tatsächlich übernimmt. So, und jetzt ist halt der Aktienkurs von 40 auf momentan ungefähr 53 Euro gestiegen. Warum ist denn das jetzt für Aktionäre so eine tolle Nachricht? Warum wollen jetzt da alle nochmal aufspringen und sagen, okay, ich nehme das jetzt noch mit? Nun ja, das ist eigentlich die Hoffnung, wenn letztlich je nach Übernahmeangebot, dass da noch was rausgeht, also was rauszuholen ist aus diesem Kurs. Also die Hoffnung, dass ich da jetzt nochmal ein gutes Plus halt mache. Und momentan, da kursieren ja auch schon so die ersten möglichen Übernahmepreise. Also diese 60 Euro, die gelten ja als ziemlich wahrscheinlich. Und das wäre ja gemessen am jetzigen Kursniveau schon mal ein Aufschlag nochmal von... Da ist noch Luft nach oben, ja. Genau, hast du noch ungefähr 10 Euro, die du halt Gewinn machen willst. Manche Investmentbanken, die sagen sogar, hey, bis zu 75 Euro je Anteil, es scheinen die sind durchaus gerechtfertigt. Das wäre natürlich nochmal ein größerer Hebel. Ist aber spekulativ, würde man auch sagen. Also ist jetzt keine ausgemachte Sache. Also ein kleines Warnschild würde ich hier schon noch dranhängen. Genau, also gerade bei solchen, also man muss ja wissen, Covestro, Kunststoffhersteller, das ist halt ein Zykliker. Heißt also, du siehst auch bei der Gewinnentwicklung, es geht mal auf und mal ab. Also im Boomjahr, ich glaube es war 2018, da kam die halt auf einen Nettogewinn von 2 Milliarden Euro. Davon sind sie jetzt meilenweit entfernt wegen gestiegener Rohstoffpreise, Energiepreise. Und im nächsten Jahr zum Beispiel, da erwarten die Analysten 500 Millionen Euro Gewinn, also deutlich weniger als früher. Und das wird natürlich auch in der Bewertung letztlich sich widerspiegeln. Da wird dann auf der Basis der langfristigen Gewinne so ein Art Durchschnitt quasi gebildet. Also wäre die Übernahme vor einigen Jahren gekommen, da wäre der Übernahmepreis nochmal deutlich höher, muss man natürlich sagen. Also jetzt die Frage, Philipp. Soll ich noch investieren oder nicht? Ja gut, erstmal natürlich der ganz wichtige Hinweis, wir machen hier keine Anlageberatung und können keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Gilt auch wie in diesem Fall für Covestro. Aber trotzdem muss man da halt abwägen. Also man hat da halt diese Offerte, dass die durchgeht, gilt als wahrscheinlich, dass dann noch jemand anders um die Ecke kommt und ein dickeres Angebot macht. Da sagen Insider momentan, hm, sehen wir nicht so. Dann hätte man die Möglichkeit, offen noch einen kleinen Gewinn. Aber trotzdem gibt es ja immer noch so ein Rückschlagspotenzial. Also wenn jetzt Ednock zurückrudert und sagt, ja, Covestro, schön und gut, wollen wir doch nicht haben. Dann geht es halt mit dem Kurs wahrscheinlich wieder nach unten. Also wenn ich jetzt die Aktie zum Beispiel zu einem günstigen Kurs gekauft habe und ich habe das Ding eh im Depot, dann natürlich erstmal liegen lassen, gucken, was passiert. Im schlimmsten Fall gehen halt die Kursgewinne aus den letzten Monaten halt flöten. Aber ich mache da jetzt keinen großen Verlust. Und ob ich jetzt noch auf diesen Übernahmepoker großartig spekulieren sollte, ja, muss halt jeder für sich selbst entscheiden letztlich. Wunderbar, danke für die Einordnung, Philipp. Immer gerne. Kommen wir jetzt zu Momentum-Aktien Nummer 2 von Plastik zu Beton. Vonovia, Philipp, auch da ist gerade sehr, sehr viel los. Du hast in den letzten Wochen und eigentlich auch Tagen auch sehr viele Texte dazu geschrieben. Minuten und Sekunden, da auch. Minütlich quasi bist du dabei und folgst das sehr genau. Ich meine, Vonovia ist ein Unternehmen aus dem Ruhrgebiet. Da ist man natürlich immer gerne dabei. Hängst du auch persönlich dran, ich glaube. Nein, aber gut. Aber ja, du hast recht. Vonovia ist halt schon eine ganz schöne Momentum-Aktie, wenn wir uns mal die Entwicklung angucken. Also seit dem Tief im März 54 Prozent plus. Das ist ja schon einiges. Wir erinnern uns mal kurz zurück. Damals gab es ja diese große Razzia bei Vonovia, weil Mitarbeiter ja bei der Auftragsvergabe an Handwerker angeblich so ein bisschen Kickbacks kassiert haben. Und da ging ja der Kurs nochmal richtig runter. Und wie gesagt, seitdem 54 Prozent plus. Das ist also schon ordentlich. Und wenn du mich fragst, ein bisschen widersprüchlich zu dem, was gerade sonst passiert, oder Felix? Ja, auf den ersten Blick ist es alles andere als einleuchtend. Denn sie müssen ja ihr Immobilienportfolio nach wie vor abwerten, weil eben der Wert ihrer Immobilien weiterhin schrumpft. Was natürlich für die Aktie erst mal eine Riesenbelastung, aber auch für den Konzern. Also die müssen von diesem gigantischen Schuldenberg erst wieder runterkommen, den sie aufgebaut haben nach der deutschen Wohnübernahme. Also dieser Konzern aus meiner Sicht steht ja schon noch auf sehr gläsernen Füßen. Trotzdem hat man vielleicht auch den Eindruck, dass das Management die Fehler jetzt erkannt hat oder die Probleme erkannt hat und jetzt erfolgreich gegensteuert. Also sie wollen ja jetzt auch Immobilien verkaufen, hast du geschrieben, Philipp. Genau, machen sie ja schon, schon seit einiger Zeit. Vor einem Jahr hat der Vorstandschef Buch ja gesagt, okay, wir wollen jetzt im nächsten Jahr Immobilien im Wert von 13 Milliarden Euro veräußern. Das ist ja schon einiges. Zuletzt hatten sie Ende letzten Jahres 100 Millionen Euro in der Bilanz stehen an Vermögenswerten. Also wir sehen schon, ein großer Teil, ein erheblicher Teil zumindest soll verkauft werden. Zuletzt haben sie für drei Millionen Wiederteile an einem Immobilienportfolio in Norddeutschland verkauft. Ja, also man hat die Zeichen der Zeit erkannt und will jetzt gegensteuern. So die letzten Jahre gab es eine Übernahme nach der anderen. Gag war dann die Deutsche Wohnen 2021. Das hat den Schuldenberg massiv anwachsen lassen auf zuletzt 44 Milliarden. Und da muss man jetzt, wo Geld wieder was kostet, halt gegensteuern. Die haben halt Anleihen, die zu bedienen sind. Und wir sehen halt, je mehr die Zinsen steigen, desto mehr müssen sie halt ihr Portfolio abwerten, weil die Immobilien halt nicht mehr so viel wert sind wie früher. Zuletzt waren es halt 2,7 Milliarden, die sie abwerten mussten. Und eigentlich sollte man ja meinen, okay, das müsste jetzt zu einem dramatischen Kursverlust weiterhin führen. Ich meine, verglichen mit letztem Jahr hat von Novi ja krass verloren, aber jetzt sehen wir halt diese krasse Erholung. Ganz genau. Und trotzdem noch ein Risikoaspekt, finde ich, den man dann betonen muss, man weiß noch gar nicht, ob sie Käufer finden für ihre Immobilien, zumindest nicht für den Preis, den sie da erwarten. Also der Zeitpunkt, die Immobilie loszuschlagen, ist maximal ungünstig, würde ich sagen. Deswegen würde da noch ein paar Fragezeichen hinmachen, ob dieser Plan auch so umgesetzt werden kann, wie sie es gerade vorschlagen. Naja, die Gefahr besteht halt, dass sie die Buden halt unter dem Buchwert verkaufen müssen. Ganz genau, ja. Aber andere Möglichkeiten. Jetzt wieder zurück zum Aktienkurs, der genau das Gegenteil macht, auf was wir gerade reden. Ja, vielleicht kann man sagen, die Hoffnung ist zurück, was auch Immobilien angeht, dass es langfristig wieder bergauf geht und dass die Krise zumindest einen Tal gefunden hat. Ja, aber findest du das nicht ein bisschen zu früh noch? Ich meine, im März ging es dann wieder nach und nach hoch, wie gesagt, diese 54 Prozent. Aber wir sind doch da noch mitten in der Abwertung. Also jetzt kommt jetzt noch der nächste Zinsschritt. Wir nehmen ja Donnerstag auf. Das heißt in dem Fall jetzt kurz vor der EZB-Sitzung. Da kann ja tatsächlich noch ein bisschen was kommen. Und naja, die letzte Abwertung war im August. Also es könnte ja tatsächlich nochmal sein, dass das Portfolio nochmal ein Stück abgewertet wird. Ja, vielleicht flüchten sich auch viele Anleger gerade in Immobilien, weil sonst nicht wissen, wo die Hinten. Ja, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Nein, da muss man ja auch noch bedenken, Vonovia hat zwar 500.000 Wohnungen in ganz Europa, größter Vermieter Europas halt, aber den großen Reibacher in den letzten Jahren haben sie nicht gemacht, weil das Vermietungsgeschäft so lief, sondern weil sie halt die Bewertungsgewinne oder die Bewertungsaufschläge der Immobilien als Gewinn ausweisen konnten. Und das funktioniert halt nicht mehr. Man könnte auch sagen, ja, das Geschäftsmodell von Vonovia ist halt so ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Ja, ohnehin war das recht fragwürdig, würde ich sagen. Einfach zu sagen, wie man jetzt die Immobilien taxiert, also je nach Monatswert fast schon war das ja, oder zumindest nach Jahreswert. Vor allem das Gegenteil, was man von Immobilienkonzernen eigentlich erwartet. Also da denke ich mir, ich habe ja die Stabilität im Portfolio, ich weiß, was ich habe. Die haben die Mieteinnahmen wahrlich jetzt von außen nicht so durchzublicken, wie sie das jetzt hier begründet haben. Ja, ich meine, wer jetzt darauf spekuliert, dass der Kurs weiter steigt, okay, zuletzt hat es funktioniert, aber auch da gibt es jetzt gerade noch so ein bisschen Rückschlagspotenzial. Wobei man ja immer noch sagen muss, ist ja nicht so, als würde es bei Vonovia ständig aufwärts gehen, sondern es gab ja schon einen herben Abverkauf und jetzt sehen wir halt so eine Erholung und spätestens, wenn jetzt so die Zinsen ihr Plateau gefunden haben, dann entspannt sich die Lage auch. Aber trotzdem bleibt da halt so diese Frage, ist die Krise schon überwunden, was passiert noch im Portfolio von Vonovia? Und vielleicht sollte man da noch auf die Quartalzahlen aus dem dritten Quartal halt warten, die ich glaube im November veröffentlicht werden, weil dann kann da nochmal was kommen. Genau, also wir setzen mal ein großes Fragezeichen an diesen Aktienverlauf von Vonovia der letzten Monate und fragen uns, ob das wirklich gleich so nachhaltig ist, wie der Konzert es vielleicht schon meint. Und jetzt kommen wir ja von Old Economy zu, ja, ich meine, sonderliche Strahlkraft. New ist es nicht mehr ganz so, new ist es auch nicht mehr. New ist es auch nicht mehr, aber zumindest kann man es als new verkaufen. Wir wollen jetzt nochmal über die dritte Deutschland-Momentum-Aktie sprechen, nämlich Infineon. Und wenn man es jetzt verkauft als das deutsche Nvidia, klingt ja alles ein bisschen geiler und fancier. Genau, also es ist nicht ganz der deutsche Nvidia. So rasant ist der Kursverlauf nicht, aber immerhin auf ein Jahr ist der Kurs auch um 30 Prozent gestiegen. Es sind jetzt keine 200 wie bei Nvidia, aber so. Genau, wir sind ja, Deutschen sind ja auch mittlerweile weniger zufrieden, dafür vielleicht ist es dann nachhaltiger. Wer weiß das schon? Also es ist nicht ganz so gehypt, Infineon, trotzdem profitieren natürlich auch die vom Megatrend-Chip-Herstellung. Und vor allem sind sie halt günstiger bewertet, ne? Also so eine Nvidia-Herstellung. Ganz genau, wer jetzt einsteigen würde, ich würde jetzt auch sagen, ist es deutlich attraktiver, als bei Nvidia einzusteigen nach diesem ganzen Hype. Weil da kann es natürlich auch relativ schnell wieder nach unten gehen. Eben, also da ist die Frage, ob sie die, also bei Nvidia die Frage, ob sie jetzt diese großen Börsenerwartungen halten können. Zuletzt ging es halt auf, die konnten ihre Quartalszahlen immer weiter steigern. Aber jetzt müssen sie halt auch liefern. Und so mit Infineon hat man da so eine günstig bewertetere Alternative. Und natürlich auch ein Konzern, der extrem von staatlichen Subventionen profitiert. Worüber sich nicht alle freuen. Das ist richtig, aber als Aktionär würde ich mich jetzt da schon drüber freuen, tatsächlich. Und das würde ja auch noch jahrelang so anhalten. Also dieses Wachstum, denke ich, müsste sehr viel passieren, dass das jetzt irgendwie komplett einbricht. Ja, ich meine, zuletzt hat man ja schon bei Infineon gesehen, gut, die Zahlen, die waren ein bisschen rückläufig, aber jetzt nicht so dramatisch. Und die haben ja zweimal ihre Prognose angehoben. Und ja, dabei blieb es dann auch. Also man sieht schon, dass auch bei Infineon so die Zeichen auf KI gepolt sind, die ein großer Zulieferer sind. Und wenn diese ganze KI-Sau so weitergeht, davon auch profitieren werden. Also allein, du hast es angesprochen, staatliche Fördermittel gibt es ja für so ein milliardenschweres Halbleiterprojekt in Dresden. Und da erwartet das Unternehmen 5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Also nur aus Dresden kommend halt. Da geht schon was, gell? Da geht schon was. Und ja, die Aussichten sind also ganz gut tatsächlich. Aber auch hier natürlich die Frage, Philipp, soll ich jetzt einsteigen, nachdem die Aktie eigentlich ganz gut gerade dasteht, oder erstmal irgendwie auf einen Rücksetzer warten und dann investieren? Also man kann es ja auch erstmal für Aktien auf so die Beobachtungsliste setzen, sag ich mal, und dann vielleicht kurzfristig reagieren. Ja, ich meine, die Sache ist immer, gibt es halt diesen Rücksetzer, ja oder nein, dafür brauchst du nur Glaskugel. Für Infineon spricht zumindest, wie gerade schon gesagt, die Bewertung ist deutlich attraktiver. Also wenn ich sage, ich möchte unbedingt meinen KI-Anteil ausbauen, man muss ja sagen, die meisten investieren ja sowieso schon in den KI, halb über ihren MSCI World-Sparplan, wo Microsoft, Apple, Nvidia halt sowieso drin sind. Aber wenn ich sage, okay, ich möchte noch so einen kleinen Booster haben, Infineon interessiert mich, dann habe ich da zumindest eine günstiger bewertete Aktie als Nvidia. Aber dafür wahrscheinlich auch nicht so mit dem krassen Kursgewinn, aber dafür auch wahrscheinlich nicht mit dem krassen Rückschlagpotenzial bei möglichen Einbrüchen in den Geschäftszahlen. Genau. Jetzt haben wir noch zwei andere spannende Aktien. Philipp, die zwei überhaupt kein Momentum besitzen, dafür aber super an der Börse abschneiden. Die immer gehen eigentlich, oder? Die immer gehen, ganz genau. Genau, das ist ja das Faszinierende an den beiden. Bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz vielleicht der Hinweis auf unsere Sonderfolge am 27. September. Kurz bevor der Knoten platzt. Bevor der Knoten platzt, ja. Genau, müssen wir gleich erklären. Ein Heft-Relaunch auch bei uns, ein wenig neue Formate, neues Layout. Wie im neuen Glanz. Es wird wunderschön. Ganz genau. Unbedingt kaufen, reinschauen, sich einen Rahmen an die Verwandtschaft schenken. Gleich schenken, meinst du? Ja, kaufen und dann verschenken. Weiter verkaufen, meinst du? Wir sind ja hier im Wirtschaftsmagazin. Stimmt, die Relaunch-Ausgabe, die wird besser als Nvidia abgehen. Ich sag's euch. Große Worte hier, die hört sich ja vielleicht so sehr gerne. Kurz zurück zu unserer Sonderfolge hier. Wie ihr wisst, könnt ihr uns alle eure Fragen rund um das Thema Börse und Finanzen schicken. Wir sammeln schon schleißig in den letzten Wochen und dann machen wir am 7.9. eine Folge, die wir nur euren Fragen widmen. Genau. Auch live bei LinkedIn könnt ihr also auch da schauen. Und da kam auch schon einiges zusammen. Also Fragen rund um Tagesgeld, Aktien, Immobilien, alles Mögliche, alles, was euch auf der Seele brennt, könnt ihr uns schicken. Und die Mail-Adresse, die findet ihr auch unten in den Shownotes. Gut, jetzt aber zu den deutschen Dauerläufern. Aktien, die immer gehen, nämlich die großen Versicherer-Allianz und die man nicht nur rückt. Genau. Felix, was findest du geiler? Sag mal. Ja, ich bin ja aus... Gut, wenn ich sage, ich bin aus Bayern, hilft es irgendwie auch nicht weiter, weil beide aus Bayern kommen. Genau, die sind ja beide bei dir in der Ecke. Ja, das ist für ein Gebäude auch tatsächlich. Ich halte es mehr mit einer Rück tatsächlich. Die besitze ich auch privat, deswegen muss ich das ja sagen. Offenlegung, ja, Entschuldigung. Ja, also was für die Möchner Rück spricht, also A, sie hat sich auf Jahressicht nämlich besser entwickelt als die Allianz, ungefähr plus 40 Prozent gegenüber plus 30 Prozent. Aber was mir besser gefällt, ist, dass sie deutlich stabiler ist. Also die Allianz schwankt ein wenig stärker und das Geschäftsmodell der Möchner Rück, also als Rückversicherer, finde ich ein wenig krisenresistenter tatsächlich. Ist aber jetzt erstmal nur mal ein subjektiver Eindruck. Weil das sind Riesenversicherer, man kommt da halt, man schaut da jetzt schlecht in alle Geschäftsbereiche rein, muss man natürlich auch sagen. Klar, klar. Was man bei der Allianz ja wissen muss, und das erklärt ja auch die Schwankungen, von denen du gerade sprichst, da hatten sie ja im letzten Jahr zum Beispiel Riesenprobleme mit ihrer Tochter Allianz Global Investors. Ganz genau. Da gab es ja so den einen oder anderen Skandal mit einem vielleicht nicht ganz so ehrlichen Hedgefondsmanager. Und das hat natürlich dem Kurs mega zugesetzt. Ich meine, ja, Allianz hatte da Rückstellung für gebildet und so weiter. Also auf das Risiko war man vorbereitet gewesen, auf diese Strafzahlung hinterher. Aber trotzdem war es halt etwas, was den Kurs belastet. Das Ding ist jetzt zum Glück irgendwie durch. Und was man ja bei beiden halt weiß, okay, die Kurse, du hast da keine Kursrakete mit im Depot, aber sie entwickeln sich halt solide und vor allem, du hast halt eine zuverlässige Dividendenhistorie. Also die zahlen ja... Gut, ich würde sagen, die Kurse bewegen sich schon oder entwickeln sich schon natürlich mehr als solide, also meistens zweistellig, also oder? Also das ist jetzt eigentlich sehr konservativ gesagt, dein Satz hier. Absolut. Und dann halt, die Dividende macht ja beide mega attraktiv. Also die zahlen ja beide über 10 Euro oder um die 10 Euro, müsste ich mal nachgucken, um ehrlich zu sein, an Dividende pro Jahr, pro Anteilsschein und sind damit ja schon so die deutschen Dividendenaristokraten. Und vor allem, also was mich eben auch überrascht, wir hatten in den letzten Jahren ja Krisen ohne Ende. Wir hatten Corona, wir hatten Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, wir hatten Naturkatastrophen, Klimakatastrophen und trotzdem scheint das alles den Versicherern nicht viel auszumachen. Also man fragt sich, was passieren müsste, damit der Kurspolitik langfristig mal einbricht. Total. Und jetzt haben wir noch eine andere Sache, die ja gerade passiert, die Zinsen steigen und davon profitieren ja auch Finanzunternehmen letztlich. Wir sehen es bei den Banken und wir sehen es halt auch bei den Versicherern. Genau. Und da wir davon ausgehen, dass die Zinsen auch längerfristig hoch bleiben, dürfte eben dieser Vorteil auch anhalten. Genau. Also sich vielleicht so eine Versicherungsaktie als Dauerläufer ins Depot zu legen, das kann sicherlich nicht schaden. Auch wenn jetzt auch so eine Allianz, die haben ja im letzten Jahr auch, als der Krieg in der Ukraine losging und so weiter, haben die ja auch eingebüßt und mittlerweile sind die ja wieder auf dem Vergleichniveau von damals, haben also auch wieder ziemlich viel Kursgewinn halt gemacht. Aber trotzdem ist es halt ein Investment, das sich auch gerade wegen der Dividende halt langfristig lohnen kann. Macht es denn aus deiner Sicht Sinn, zusätzlich zu einem DAX-ETF noch in deutsche Einzelunternehmen zu investieren? Ja, das ist ja immer so das Ding, wenn man sagt, okay, ich habe schon ein ETF auf irgendwas und dann kaufe ich mir noch eine Einzelaktie, die ich sowieso schon mit diesem ETF abgewählt habe. Und die meistens auch ein relativ großes Gewicht natürlich hat im ETF. Also mit Norik ist da nicht ein Schwergewicht, zum Beispiel auch die Allianz. Genau, eben. Also ich hole mir dann immer so eine Doppelbelastung, Doppelbelastung kann man nicht unbedingt sagen, aber vielleicht so ein Doppelgewicht ins Depot. Und da muss man sich halt genau überlegen, will ich das? So bei einer Allianz, wo man sagt, okay, das ist jetzt, da gehen jetzt nicht so die krassen Kursrisiken aus, kann man das vielleicht noch eher verschmerzen. Aber wenn da gerade ich auf spekulative Werte setze, habe ich zwar einen Booster, wenn es gut läuft, aber es geht auch umso schneller dann runter. deswegen sollte man vorher mal gucken, okay, ist halt diese Aktie sowieso schon in einem ETF enthalten oder nicht? Und daraus muss ich dann halt meine Schlüsse ziehen. Kommt ja immer auf die persönliche Anlagestrategie an. Heißt nicht, dass man es nicht machen sollte, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass man dann halt so dieses, ja, im wahrsten Sinne ein Klumpenrisiko vielleicht reinholen kann. Ganz genau. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hatten heute, glaube ich, einen wunderbaren Überblick gegeben über die spannendsten Unternehmen im deutschen DAX. Ganz wunderbar. Ist ja auch schön zu sehen oder schön zu hören, dass da einiges los ist, weil der DAX ja doch bei vielen auch irgendwie so ein kleines konservatives Image hat und der dann immer so etwas sich hindümpelt. Nee, aktuell ist da ziemlich viel geboten und es bieten sich eben auch attraktive Chancen für Anleger. Genau. Dann sage ich mal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Genau. Ich bedanke mich auch. Philipp, liebe Grüße an Düsseldorf. Wir sehen uns bald wieder auch vor Ort. Also in zwei Wochen bin ich ja wieder da. Yay, ich freue mich. So, und bis dahin. Düsseldorf aus Düsseldorf. Düsseldorf aus 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 D